So Leute, herzlich willkommen, willkommen zu diesem neuen Video und ihr seht schon, heute geht es um das Thema Duft. Heute geht es nicht um Reinigung und um Pflege, sondern geht um den Innenraum, um angenehme Gerüche im Fahrzeug. Und da gibt es ja viele, die zum Beispiel einen Duftbaum nutzen oder hier so eine Duftdose von California Sense oder von K2. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier einen angenehmen Duft ins Auto reinzubekommen. Wichtig, was man gleich vornherein sagen muss, alle Innenraumdüfte sind keine Geruchsneutralisierer. Das heißt, wenn ihr irgendwas im Innenraum drin habt, was halt einen unangenehmen Geruch erzeugt, irgendwas schimmelt oder ist was ausgelaufen von der Flasche, dann braucht ihr auch nicht mit sowas hier anfangen, immer erst die negative Geruchsquelle beseitigen. Und wenn es der Beifahrer ist, dann muss der Beifahrer halt raus und dann habt ihr auch wieder im Anschluss einen vernünftigen Duft im Auto. Deswegen hier mal eine kleine Vorstellung und wir schauen uns mal an, was es so für Arten von Düfte gibt und wir testen auch gemeinsam welche. Und die Steffi ist nämlich noch mit ihrem Seat Leon hier und sie wird auch ein Produkt für uns hier in den Langzeittest nehmen und immer berichten. Und dann werden wir gemeinsam für euch ein Fazit sozusagen kreieren, um euch ein Feedback zu geben, was ist denn am besten für euch geeignet. Und jetzt schauen wir uns erstmal die verschiedenen Arten an. Los geht's. Ja und hier habt ihr mal eine kleine Auswahl. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was zusammengekauft. Es gibt noch deutlich mehr Marken. Chemical Guys zum Beispiel hat ja auch viele, viele Düfte zum Sprühen. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Stellvertreter gewählt. Ich habe drei verschiedene Arten mitgebracht. Einmal die normalen Parfüm Sprays hier in so einer Sprühflasche, zum Beispiel das auch von Chemical Guys. Dann haben wir hier kleine Flakons, auch so ein bisschen Richtung Duftbaum mit einer kleinen Kordel dran, um das zum Beispiel an den Spiegel zu hängen oder irgendwo, wo man das halt zum Beispiel hier an den Kleiderhaken, der sich hier im Innenraum befindet. Auch da kann man das ranhängen, wenn man nicht will, dass das einem so im Gesicht rumbaumelt. Das nervt mich nämlich persönlich, wenn ich so einen Innenraumduft nutze, dann kein Duftbaum oder so, weil mich nervt es einfach, wenn es am Spiegel dann auf der Autobahn hin und her wackelt. Das zum Beispiel würde ich mir hier an diesen kleinen Kleiderhaken hängen oder an den Griff zum Beispiel. Und die dritte Variante sind diese Duftdosen. Kurz zu den Unterschieden. Diese Sprays halten am kürzesten. Das ist so das, was ich bisher festgestellt habe, so maximal drei bis fünf Tage in die Richtung, egal welches Spray ich da ausgetestet habe, das zähle ich richtig als Parfüm. Das sprüht man im Auto einfach mal breit und wenn man halt viele verschiedene Düfte austesten will, ist das eigentlich das Sinnvollste, weil man halt schnell auch mal den Duft wechseln kann. Bei den Duftdosen ist das ein bisschen anders. Die halten deutlich länger und dazwischen sind diese kleinen Flakons. Die halten circa, ja, ich habe die speziell noch nicht getestet, die werde ich für euch auf jeden Fall mit in den Einsatz nehmen. Aber, was meine Erfahrung ist, ungefähr so vier Wochen in die Richtung. Und diese Dosen halten deutlich länger, zwei bis drei Monate und teilweise noch länger, wenn ihr die auch nochmal ein bisschen anfeuchtet. Vor allen Dingen, wenn die vom Geruchsintensitätslevel nachlassen, einfach mal hier vier, fünf Tropfen Wasser rein und dann nochmal kurz etwas schütteln. Dann saugt sich dieser Schwamm, der hier drin ist, mit dem Duftstoff wieder mit Feuchtigkeit voll und bringt locker nochmal zwei bis drei Wochen mehr Duft. Also kleiner Tipp an der Stelle, nicht gleich wegschmeißen, wenn die nicht mehr duften, ein bisschen Wasser rein. Also habt ihr hier drei bis fünf Tage ungefähr. Hier habt ihr so einen Monat, je nachdem wie groß diese Füllmenge auch ist. Und hier habt ihr so auf jeden Fall zwei Monate locker, drei Monate sollten auch noch durchaus drin sein. Und ich denke mal, ihr könnt das bis vier Monate rausschieben. Also vom Preis her sind diese Parfümsachen hier manchmal sogar teurer als diese kleinen Flakons oder hier die Dosen. Also da müsst ihr selber entscheiden, was ihr gern wollt. Wenn ihr jemand seid, der gern viel herum experimentiert mit Düften und ihr wollt ganz viele Sachen ausprobieren oder hier die von Adi Bell, da gibt es auch mehrere, dann holt euch lieber hier so einen Spray. Dann könnt ihr nämlich öfters mal wechseln. Wenn ihr sagt, okay, ich will so einen Monat mal was austesten und will dann was Neues probieren, dann nehmt ihr hier sowas. Oder wenn ihr sagt, ich will echt Langzeit was haben, will es nicht ständig wechseln. Ihr habt eure Lieblingsduftnote gefunden. Dann hier so eine Duftdose. Das als kompakte, kurze Erklärung. Steffi hat sich entschieden, steht neben der Kamera, für so eine Dose. Ich glaube, du wolltest die Kirschvariante, das müsste hier die hier unten sein, die stellen wir jetzt bei Steffi ins Auto rein. Und ich werde dann hier ein Auto bei mir noch bestücken und zwar hier mit so einem K2-Duft. Und dann können wir euch dann im nächsten Video, Teil 2, ein Feedback geben, wie lange hat das gehalten, wie stark ist der Duft. Und da fangen wir jetzt mal an und stellen mal hier eine Dose bei Steffi ins Auto rein. Und ich zeige euch nochmal, worauf es halt ankommt, wenn ihr sowas auch hier in den Einsatz nehmt. Ja, und jetzt sind wir hier in den Innenraum angekommen und da sehen wir ganz deutlich, es gibt ein paar Ecken, wo man diese Dosen halt platzieren kann. Entweder zum Beispiel hier unten im Sitz. Nachteil ist natürlich, die rutschen dann hin und her bei starkem Bremsen und Beschleunigen. Kann auch mal sein, wenn der Beifahrer hier mal nach unten schaut, dass die Dose dann hier durch den Fußraum rollt oder rutscht, ist nicht unbedingt das Beste. Schaut einfach, dass die sicher platziert sind, dass ihr hier nicht einfach irgendwo das im Raum rumrollen lassen habt. Ich würde es hier zum Beispiel hier in diesen Getränkehalter reinmachen oder hier hinten, wäre das zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, die man da auch nutzen kann. Das wäre eigentlich die beste Position. Von der Anwendung her, vom Start her, einfach hier oben den schwarzen Deckel abnehmen. Hier oben noch das Schild lösen und dann hier oben einfach abziehen. Und dann seht ihr hier den kleinen getränkten Duftschwamm hier drin. Jetzt ist es wichtig, sofort Deckel wieder drauf machen und jetzt könnt ihr hier vorn einfach die Intensität bestimmen. 100% ist natürlich dann komplett auf und ihr könnt das hier einfach eindrehen und ich würde es auf 50% stellen ungefähr. Ich komme gleich nochmal an die Kamera ran, dann seht ihr das auch nochmal deutlicher. So, hier seht ihr das auch nochmal. Hier könnt ihr das dann sozusagen verstellen, je nachdem wie viel Duftnot ihr möchtet, wie viel Intensität. Ihr könnt das auch, wenn das im Raum sich so ein bisschen verteilt hat, ihr könnt auch die Dose hin und wieder mal schließen, dann hält das noch länger als die drei Monate. Aber ich würde euch empfehlen, immer so zwischen einem Drittel und einem Halb das aufzumachen. Hier seht ihr so ein bisschen, ihr könnt das hier als Intensitätsskala nutzen. 50% ein Viertel oder ein Drittel circa zu oder komplett auf. Aber komplett auf würde ich nicht machen, das ist unnötig eigentlich, weil bei 50% arbeitet das schon echt sehr, sehr schön. Stellen wir es ins Auto rein und dann kann die Steffi das hier mal in den Langzeittest nehmen und dann berichten, wie lange das hier vom Duft gehalten hat. So, hallo. Ich habe hier nochmal die K2-Büfte mit und zwar einmal Paradise und Green Apple. Und ich weiß nicht so richtig, was ich hier in den RAM reinhängen soll, aber ich will ja die verschiedenen Sachen auch für euch testen. Deswegen, wir haben die Dosen im Test, die Sprays hatten wir ja schon im Test, aber jetzt geht es dann bei diesen kleinen Fläschchen hier. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, nach was das riecht. Bei Apple, Green Apple kann ich mir das noch gut vorstellen, aber bei Paradise keine Ahnung. Und deswegen nehmen wir das Paradise mal und ich hänge das hier in den RAM rein. Das wird einfach hier hinten aufgemacht. Kennt ihr diese Verpackung, diese frustfreien Verpackungen, wo man dann hier so sich die Hände rausreißt? Hier hinten habt ihr so einen kleinen Punkt, wo ihr das aufziehen könnt und dann ist das überhaupt nicht mit Frust verbunden. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Das heißt, ihr bekommt auch das Ganze hier schön raus, ohne hier euch in die Finger zu schneiden. Und dann haben wir dieses kleine Fläschchen, hellblau, mit einer kleinen blauen Kordel dran und so einen kleinen Holzkopf. Also ich finde es vom Style her eigentlich ganz cool gemacht und ich hänge das jetzt hier in die verschiedenen Autos rein und wir drehen das einmal auf, weil ich hier einmal dran riechen möchte. Und ihr müsst einmal diesen kleinen weißen Verschluss hier abmachen, damit natürlich auch das, oh ja, nicht trinken, bitte. Na, was riecht das? Na, dieses, alles was so meeresfrische, ocean fresh, das ist so dieser typische Duft, das hat natürlich jetzt keine Fruchtnote, sondern was, einfach was frisches. Das ist wie ein frisches Duschbad, muss man einfach mal austesten. Dann soll man das, glaube ich, wieder zuschrauben, einfach fest und dann steht hier hinten drauf, einmal kurz auf den Kopf drehen und dann eine Sekunde, vielleicht waren es auch zwei. Und dann hängen wir das jetzt hier einfach entweder an den Spiegel, aber da bin ich kein riesen Fan von, deswegen haben wir im Ram hier keinen Kleiderhaken. Was haben die Amis hier gebaut? Hier gibt es keinen Kleiderhaken in dem Auto. Doch, hier hinten, über dem Kind. Wir machen es einfach so, ich hänge es jetzt erstmal stellvertretend hier hinten oben übers Kind und hoffe, dass es nicht runterfällt. So, das heißt, ist natürlich perfekt hier fürs Kind, für unsere Tochter, die dann hier oben dran spielen kann, aber ich glaube, die wird nicht rankommen. So, und jetzt hängt das hier im Auto drin und jetzt werde ich euch mal so ein bisschen den nächsten Tagen ein Update geben, wie das duftet und beziehungsweise wie lange das auch hält. Also, das sitzt hier auch fest verschlossen. Wenn ihr ein Kind habt, wie wir, dann hängt das bitte auf die andere Seite. Ich habe es jetzt einfach nur euch hier gezeigt, dass man das hier ranhängen kann. Fällt auch nicht rund, ihr könnt das auch hier in der Länge noch ein bisschen variieren und richtig festmachen. Ihr könnt das aber auch vorne an den Spiegel hängen, aber mich nervt das einfach, wenn das dann hier so während der Fahrt immer hin und her baumelt. Und ansonsten geht das ja auch klar, ihr könnt das auch, wie gesagt, noch ein bisschen fester machen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an und ich gebe euch dann im nächsten Video sozusagen ein Update, wie es aussieht mit den Dosen, mit dem Teil hier. Und ich habe das auch noch hier in dem Mercedes mit reingemacht. Das heißt, auch da jetzt noch ein Bild mit eingeblendet. Das ist da in der Seitentür, glaube ich, drin. Und da haben wir auch nochmal noch eine Dose an einem Langzeit-Test und da kann ich euch dann auch Feedback von der Seite ausgeben, wie es da aussieht. Bis dahin, Leute. Haut rein. Das war erstmal hier die ganzen Düfte. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie die sich so alle anstellen. Vielen, vielen Dank. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum ersten Update hier dieser Duftreihe. Ciao. Ciao.